Naturkalkgrundputze. Der ideale Putz für wohngesunde und hochdiffusionsoffene Bauweise. Vor dem Verputzen muss der Untergrund geprüft werden. Der Putzgrund muss saugfähig, trocken, frei von Staub und Trennmitteln sein. Für reinen Kalkputz ungeeignete Untergründe müssen entsprechend vorbereitet werden. Welcher Kalkputz für welchen Untergrund ideal geeignet ist, erfahren Sie bei Natürlich Kalk. Anschlagbretter oder Putzschienen auf Putzstärke angebracht erleichtern das lotrechte Aufbringen der Grundputzlage. Bei hochdämmenden Ziegelsteinen sollte ein Vorspritzmörtel eingesetzt werden. Dieser wird halbdeckend aufgebracht. Naturkalkputze benötigen zum Abbinden Feuchtigkeit. Deshalb saugfähige Untergründe ausreichend vornässen. Als Faustregel gilt, gewässerte Flächen sollten nach circa vier bis fünf Sekunden wieder matt sein. Der Naturkalkgrundputz wird in zwei Lagen, nass in nass, in gewünschter Putzstärke aufgebracht. Im Innenbereich sollte die Putzstärke 15 mm, im Außenbereich 20 mm betragen. Bei Materialwechsel im Mauerwerk ein alkali-beständiges Armierungsgewebe im oberen Drittel des Grundputzes einbetten. Den Kalkputz mit der Kartätsche lot- und fluchtgerecht abziehen. Kleinere Fehlstellen werden direkt nachgearbeitet. Es empfiehlt sich, Flächenübergänge durch einen sogenannten Kellenschnitt zu trennen. Dies vermeidet unkontrollierte Rissbildung. Nach einer Standzeit von circa 24 Stunden, Unebenheiten und Sinterhaut mit einem Putzhobel, im Verputzerhandwerk Gitterrabot genannt, entfernen. Vielstellen sind nachzubearbeiten. Den Naturkalkgrundputz die ersten Tage durch Anfeuchten vor schneller Austrocknung schützen. Dadurch werden Schwundrisse minimiert und der Putz kann abbinden. Reiner Kalkputz ist eine Wohltat für Gebäude und Bewohner. Mit nachhaltigen und schadstofffreien Baustoffen gelingt wohngesundes, zukunftsfähiges Bauen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017